Roswitha Bindl ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin und Trainerin. Karriere Aus der Jugend des TSV Verse Augsburg hervorgegangen gelangte Bindl zum FC Bayern München, der dem Regionalverband Süd angehörte. Nach sechs Spielzeiten verließ sie den Verein und war von 1990 bis 1993 für den FC Wacker München in der letzten Spielzeit in der Bundesliga und in der Saison 1993-94 für den VfL Kaufering aktiv, bevor sie zum FC Bayern München zurückkehrte. 1985 stand sie mit den Bayern im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das allerdings mit 0 zu 1 gegen den KBC Duisburg verloren wurde. Ebenso verlor sie mit den Bayern das Finale um den DFB-Pokal 1988 und 1990 gegen den TSV-Siegen bzw. gegen den FSV Frankfurt. Zu ihrem ersten Länderspieleinsatz kam sie am 30. Oktober 1988 beim 4 zu 0 Sieg im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 1989 gegen die Auswahl Ungarns, als sie für Doris Fitschen in der 70. Minute eingewechselt wurde. Ihr erstes von drei Toren erzielte sie am 26. November 1988 im Viertelfinalqualifikationsspiel gegen die Auswahl der Tschechoslowakei mit dem Treffer zum 1 zu 1 entstand in der 49. Minute. An der vom 28. Juni bis 2. Juli in Deutschland ausgetragenen Europameisterschaft nahm sie teil und wurde beim mit 4 zu 1 gegen die Auswahl Norwegens gewonnenen Finale Europameisterin. Sie nahm ebenfalls an der vom 16. bis 30. November 1991 in der Volksrepublik China ausgetragenen Weltmeisterschaft teil und bestritt mit dem am 29. November mit 0 zu 4 verlorenen WM-Spiel um Platz 3 gegen die Auswahl Schwedens zugleich ihr letztes von 22 Länderspielen. Von 2002 bis 2013 trainierte die Verwaltungsangestellte die B-JuniorInnen des FC Bayern München. Mit den JuniorInnen gewann sie dreimal in Folge die Süddeutsche Meisterschaft. Dreimal in Folge erreichte sie auch das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, blieb aber jeweils ohne Titelgewinn. 2013 mit Beendigung ihrer Trainerkarriere. Krönte Roswitha Bindel diese mit dem Gewinn der B-JuniorInnenmeisterschaft als sie die Mannschaft ins mit 3 zu 1 erfolgreichen Endspiel gegen den FSV. Gütersloh 2009 führte. Erfolge. Aufstieg in die Bundesliga 1992 mit dem FC Wacker München 2000 mit dem FC Bayern München.